So Freunde, ich bin's wieder und es geht hier weiter mit The Walking Dead Survival Instinct. Wie ihr wisst, bin ich ja in der letzten Folge jämmerlich verreckt. Deswegen müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das hier besser im Griff kriegen, sag ich mal. Ich bin ja ziemlich, der wäre abgekackt da. Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwie versteckte Waffen oder sowas liegen, das wäre schon ziemlich nice. Aber sieht nicht so aus. Ich kriege gleich eine vom Schädel und ein Licht, ja. Aber die Frage ist jetzt natürlich, komme ich hier so durch, ohne hier irgendwo. Oh mein Gott. Hier ist mächtig Action auf jeden Fall. Knallen wir erstmal alles weg, was geht hier, Freunde. Das könnte natürlich auch was hinter mir kommen. Ja, sag ich, oder? Ah, das war eine schlechte Idee, hier rumzuballern. Ja, Freunde, da habe ich wieder ziemlich Mist gebaut. Wer weiß, wo die jetzt alle hierher kommen. Ah, das ist ein bisschen mies jetzt. Ich hoffe mal, das ist hier nicht ganz so heftig. Oh, fuck. Ja, ich habe echt Mist gebaut, Freunde. Komm ich nicht rauf, komm ich nicht rauf. Jetzt müssen wir natürlich gucken, dass wir hier einigermaßen heil wegkommen, sag ich mal. Wo höre ich denn hier noch welche? Da rennt noch einer. Gut, Freunde, ich hoffe mal, wir jetzt einigermaßen den Weg geebnet haben, dass wir hier vorwärts kommen. Das sieht aber nicht danach aus. Scheiße, wo muss ich denn hier lang? Gerade eben. Wir klettern einfach mal hier hoch. Gucken wir mal nach. Mist, ich glaube, ich habe ziemlich einen Mist gebaut gerade. Wo muss ich denn hier lang, verdammt? Oh, shit. Ah, ist natürlich klar. Shit, alter. Shit, shit, shit. Treibstofflager. Wo soll ich denn hier hin? Schock, shit, alter. Ist ja richtig heftig. Na, ich musste ja hier rein, ne? Stimmt ja. Da rein, auf jeden Fall. Oh, der hat ja gar nicht gespeichert. Ich war doch schon viel weiter. Ich war doch hier auf dem Dach, oder? Ja, gut, Freunde. Das ist jetzt halt so. Irgendwie scheint er schon wieder nicht gespeichert zu haben hier. Muss ich vielleicht auch ein bisschen überziehen in den nächsten Folgen. Wo bin ich denn hier letztes Mal lang? Ach doch, hier war ein Weg runter irgendwie. Ja, da vorne sogar. Ach doch, hier kam doch jetzt der Schwarze. Stimmt, und dann hatte ich ausgemacht. Ja, da ist er doch. Doch, hier ist er, ja? Und hier hatte ich dann ausgemacht. Stimmt, Freunde, nee. Fehlt doch gar nicht so viel. Dachte, da fehlt mehr. Aber, nee. Doch ganz gut noch geschafft hier. Können wir das denn irgendwie wegdrücken hier? Nee, sieht nicht so aus. Gut, dann habt ihr das zweimal, Freunde. Tut mir leid, aber er speichert dieses Spiel hier manchmal ein bisschen kurios. Aber nun gut, Freunde. Können wir halt nix machen. Ja, auf jeden Fall ersetzt dieses Projekt ja jetzt, äh. Mensch. Äh, Carnivores? Ist mir gerade nicht eingefallen. So, was müssen wir denn jetzt machen? Suchen Sie nach den Vorräten? Wo denn? Medikamente? Wo bitte sind denn hier die Medikamente? Ah. Finden Sie einen Weg aus dem Lager? Müssen wir jetzt natürlich wieder zurück. Pass auf die Sägeblätter auf. Du bist mir, er ist ein Held. Hm, jetzt müssen wir wieder zurück, oder? Ich hoffe mal, hier sind jetzt nicht zu viele Zombies. Nee, gar keiner. Ah, hier können wir auch raus. Ach, du Scheiße. Come on, stupid. Oh yeah. Oh yeah. Das ist heftig hier, auf jeden Fall. Was ist denn da? Das ist nicht gut, ich schweige. Komm, Mädels, geh dich raus. Komm, Mädels, geh dich raus. Komm, wir gehen! Das ist doch sowas von behindert. Was ist er? Vier Mal älter als du? Come on, shut the hell up, Morrow. Boah, so ein Wahnsinn. Boah. Ich wusste gerade gar nicht, wie ich da jetzt rüber soll, aber das haben wir ja doch noch ganz gut geschafft hier. Mein scheiß Laptop hat mir gerade angezeigt, hier diesen scheiß Virusprogramm, Mist. Fahrzeug bereit, Treibstoff brauchen wir aber. Gut, wir behalten einmal das Fahrzeug, überleben, ne? Hat er ja nicht, hat es ja nicht geschafft. Das ist ja scheiße. Was? Was? Die wird zurückgelassen und weiter zur Karte. Nacht, oh nee. Schon wieder? Hi-Race, was ist denn da am besten? Hi-Race, nur wenn es notwendig ist. Halten sie nur an, wenn es notwendig ist. Hauptstraße mal nehmen. Wenn er da ziemlich beschissen kommt, aber gut, Freunde, wir müssen ja irgendwas nehmen. Taggart ist bekannt für das Leithaus eines der letzten verbleibenden aktiven Autokenos im Teil des Landes. Das ist okay. Auf jeden Fall brauchen wir Treibstoff. Neun Liter. Ort betreten. Okay. Müssen wir jetzt wieder B-B-B-B-Beng-Teng suchen auf jeden Fall. Mission starten. Klar, ich brauche Benzin. Was denkst du, ne? Was ist jetzt? Ach du großer Gott. Ach du großer Gott. Das kann ja was werden. Überall. Zombies. Da sehe ich aber auch schon Treibstoff gerade. Oh, fuck. Hat mich ein bisschen verfehlt, Freunde. Brauchen wir auch nur neun Liter. Ich weiß, ob das schon neun Liter waren. Okay. Reicht sogar schon. Können wir sogar schon wieder abhauen. Das werden wir auch tun, Freunde. Hier gar nicht so lange, also zu lange aufhalten, meine ich natürlich. Überleben, ne? Ne, der wird nicht zurückgelassen. Der wird mitgenommen. Und dann heizen wir auch mal zum Autokino. Hauptstraße. Oh, dann machen wir Highway. Dann haben wir auch noch ein bisschen Benzin. Über. Brauchen wir nicht wieder sofort Benzin suchen gehen. Müssen wir natürlich gucken, ob wir jetzt auch bis hinkommen. Aber sollte eigentlich was werden, denke ich mal. Weiß nicht, was hier beim Autokino jetzt los ist, aber gut, gucken wir mal. Ich hoffe natürlich, dieses Projekt bereitet. Oh, 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 nee. Kühlerschlauch ist kaputt. Oh, nein. Was wollte ich jetzt sagen? Ich hoffe natürlich, dieses Projekt macht euch fun. Wenn, lasst es mich mal gerne wissen. Oh, nee. Kühlerschlauch, wo soll ich denn den herkriegen? Oh, hier ist kein Kühlerschlauch auf jeden Fall. Oh, toll, 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 toll. Und ich breche wieder zusammen. Ja, war klar. Dat war klar. Dat war klar. Dat war eine schlechte Idee, da auch jetzt so reinzusprinten. Aber nun gut, dat passiert, liebe Freunde. Ist jetzt natürlich wieder ein bisschen beschissen hier. Ah, da müssen wir mal gucken. Oh, mit diesem scheiß Kühlerschlauch. Jetzt geht mal auf den Zeiger, ey. Was hat das für ein scheiß Auto, dat dat and on der Kühlerschlauch schaut, geht, ey. Das war echt dat Letzte. Ja, toll. So, nun sind wir wieder richtig am Arsch hier, wie das aussieht. Verreckt doch einfach, ey. Na? Das ist doch der absolute Wahnsinn, oder? Mann, ey. Das ist meine Methode, das hier zu regeln, Freunde. Das ist meine Methode, das hier zu regeln, Freunde. Oh, oh, oh. Was ist das? Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen ruhig, Freunde, weil ich mich gerade ein bisschen konzentriert habe. Passiert leider manchmal. Ich muss, denke ich, demnächst auch mal einen Cut machen, denke ich. Oha, und hier versammelt sich die Horde auf jeden Fall. Na, nu, fall um, komm. Zack, nu, komm aber hier, zack. Kriegen sie halt alle nach und nach einen vom Bliss hier. Auch wenn das ein bisschen langweilig, wie gesagt, für euch ist. Aber habt ihr ja gesehen, was passiert, wenn ich hier rumrenne. Dann machen wir das halt Plan B mäßig, hier. Kann ich da nachher auch in Ruhe rumrennen. Die alle penetriert hier und dann passt das. Na, nu. Oha. Oha. So, dann kommt der Nächste. Wie gesagt, Freunde, tut mir leid, der hat gerade so ein bisschen wenig Quatsche hier. Oha. Oh, der Nächste wegpenetriert, den sind ja nur noch drei. Oder sind hier noch welche? Ja, hier ist auch noch einer. Da kommt noch einer. Kommt der denn nur noch her? Mann. Oha, jetzt kriege ich da noch drauf, hier. Perfekt. So, Freunde, und jetzt können wir erst mal gucken, ob wir den Schlauch hier irgendwo finden. Aber wo soll er sein? Kühlerschlauch, Kühlerschlauch, Benzin. Hm, wo ist denn der scheiß Kühlerschlauch? Oder Kühlflüssigkeit, so, viel mehr. Ach, hier in der Hütte wieder drin. So, Freunde, dann haben wir ihn gefunden hier. War doch ein Kühlerschlauch diesmal. Und dann hauen wir hier ganz schnell ab, würde ich sagen. Jo, das machen wir auch. Und dann mache ich auch jetzt an der Stelle hier mal einen Cut. Und dann geht's gleich weiter, Freunde. Bis gleich. Bis gleich.